Was ist unser Gegner? Ach, die P! Elder Pace! Okay, what the fuck? Oh, motherfucker, I was born ready! Perfekt, ich dürfte es dann schon fast gewesen sein. Ja, einmal noch. Der Time Crystal! Oh mein Gott! Okay, okay, okay. Komm, let's go. Das ist jetzt super cute. Oh mein Gott! So, wir kümmern uns immer um die Ads. Okay, wir fokussen die Ads. Und unsere Summons machen scheinbar den Boss in der Zeit. Bombe! Ich sarret noch, ich sarret noch. Warte mal, einer von uns ist schon tot. Geil. Ja, ich bin tot. RIP! Ist okay, passiert im Besten. Von den Pumpen. Ja, hier unten hier. Hier unten sind zwei Kistchen. Au, au, au. Naja, diese Geschenkisten meine ich. Ja, aber ich hatte sie gerade komplett vernichtet. Ja, da stand noch Zeit. Ja, da stand noch Zeit. Au, au. Das ist so ein P-Shooter. So, okay. Von da kommt er. Nur den, äh. Ne, ne. Ja. So. Sicher? Ja. Ne, der biegt hier nicht ab, glaube ich. Ne. Oder? Doch. Nein! Nein! Der, doch. Okay, war. War doch falsch. Scheiße. Ah, okay, Leute. Komm. Nein! Oh, Mann. Dieser scheiß Zug. Ich habe mal meinen Magic Potion. Boah, ja, in sich nicht. Bubbles kann ich euch nicht geben. Alles blockiert hier. Jawoll. So, jetzt wieder von da. Genau. Und hier. Nein! Äh, äh. Okay. Passt, passt, passt. Alles gut, alles gut. Phew! Jawoll. Äh, und rein da! Neis! Okay. Die Geschenke. Sofort die Geschenke. Neis. Danke für die Bubble. Ich kann aber noch keine auf euch geben. Sorry. Nein! ja ich wurde gerade vom zug erwischt rein in die bombe geschoben und dann bin ich gestorben gott nein ich dachte mir mal selber wieder ein schild geben also nett okay der ist auch tot okay von da das ist okay ist nicht okay aber guck mal der fährt acht du machst eine schleife junge pfeiler alles gut der pressure läuft läuft guter mann so die geschenke wieder viel dazu steht gleich für dich hast du hast ja ja wohl das ist meine folge wird mir trotzdem noch angezeigt die ganze zeit war doch so und schuld jawohl und da noch jawohl sehr gut bisschen noch also im großen und ganzen ist ja wirklich nur hier die die geschenke wegkloppen und eigentlich immer nur da rein zählen lassen und allem ausweichen und ich sterbe an den bomben ja so tot aber dementsprechend hätte ich gar nicht auf sammens gehen brauchen einfach auf massenvernichtung gegen die kleinen geschenke wahrscheinlich auch ja ich meine sie machen schon gut damage gefühlt den mann schuld auch am stütteln oh mein gott ich habe irgendwie runter ich komme da gar nicht runter okay er ist tot der geschenke ist jetzt tot ja endlich ey aber du musst jetzt auch last man standing achten alle geschenke alles cool alles cool alles cool alles cool aber der pack hat mich hätte jede menge gold gekostet ne ja die range alles gut alles gut alles gut noch mal train oder oder weißt du was lass einfach keine mobs kommen ich hau das ding jetzt kaputt komm einfach keine mobs und wir mal jetzt einfach so einfach keine mobs und wir mal jetzt einfach so einfach keine mobs und wir mal jetzt einfach so der damage okay okay oh das geht leute das geht jetzt ich habe mich aufgeschlagen yo your friend with smash can pin small enemies into each other too not just balls oh du kannst dich auch einander kloppen draco kleinen viecher also auch fürs nächste mal einfach gain a faithful that duplicates your wand projectiles was okay das hier so all weapons ich habe jetzt einfach zwei projektile okay okay floor cleared alter wir sind einfach zu krass floor 6 floffi oh ich habe 205 hp dadurch gerade gekriegt ne oh jetzt sind wir in dem season dungeon hab da noch bock sollen wir noch weitermachen oder machen wir hier ja okay bis zum bitteren ende aber die eine wolke wolke äh sind zwei wolken verpackt wie ist deine auch nicht mehr da ne ne ich gehe unten für das eine die ganze blitze macht bei mir achso ne bei mir ist doch gar nichts wo ich mein minion ja okay okay leute das wir sind immer noch im run hätte ich nicht gedacht hätte ich nicht gedacht keine pfeile mehr keine potions das wird lustig weil doch eine portion hast du immer ne ich habe keine pot ja health potion meine ich natürlich bruder health potion das wichtige das wichtige so können wir ja einer einer muss noch ein stück gehen ganz nach vorne gehen ne noch im menü äh wahrscheinlich hier blondlöckchen gerade noch im menü gewesen noch mit max tier let's go ahhh ja bei mir ist eine wolke die verbargt bei mir macht die wolke auch die ganze zeit bam 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 richtig hab die gar nicht what the fuck ja das brauche ich nicht für plans ich glaube hier auf jahreszeiten wechseln müssen wir nicht so achten vielleicht in einzelnen räumen aber jo der damage room cleared ass okay ach so ja 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 stimmt machen wir gleich äh level up ähm ja wilkchen natürlich weiter leveln ist ja klar äh jetzt utility mäßig den bubble shield talent mäßig wand damage weil ich hab jetzt einen krassen wand ist das ein wand zweihändig ist das ein wand hat von sich und projektile ne ne might burn enemies ne das ist kein aber ich hab zwei projektile ja wird schon ein zauberstab sein äh äh wird schon passen zweihand zauberstab gibt's ja auch ne 200 ones der du existiert ja 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 dann dann mach ich jetzt ja auch richtig damage damit oh mein ach du scheiße wenn sie liegt am boden drauf treten jungen wir einfach mit ähm mit bossfights jetzt hier schon oder was okay okay äh mein schild einfach so yo ich bin gone aber ich hab ich hab geblockt what the fuck autumn hydro schon wieder level up what the fuck what is this game man äh utility bubble shield upn was ist das man ich habe sense increasing gp du hast es lang genug damit die nächste spell cheaper nö äh achso ich brauche noch ne äh wand damage spell damage eins auf applying magic debuff okay sorry bin ready mein körper ist bereit challenge perfect guard projectiles rip nicht also wegen ein bisschen nicht was perfect guard ist locken wir ja ach boop nice ah okay ja die zeit ja die summons waren da glaube ich nicht ganz so geil ah ist okay es ist das passiert are you kidding me weiß nicht vielleicht ist er im cooling nicht ganz so stark wie im winter ich kann meine wolken nicht mehr sammeln ah nicht so oh nicht du auch noch alter wir brauchen das wölkchen das ist manchmal vielleicht magic attack habe ich sowieso nicht ich kann meine wolken nicht mehr sammeln oh god alter bin ich jetzt ich bin der einzige mit summons alle anderen sind kaputt gegangen scheiße dann refundet eure punkte ohne hot feelings nehmt euch den moment genau wenn ihr ready seid dann können wir weiter äh okay ja also kritzen jetzt noch krasser ja junge vielleicht vielleicht wird das einfach der run spiel das ganze spiel durch ne arcade mode einfach durchgespielt gemeistert das aufpassen das aufpassen alter das mach ich noch mehr manapunkte langsam naja gut naja gut kommst du ich bin schon da wen meinst du die Person die Person mir gefehlt hat äh Bubbleshield äh jetzt muss ich aufpassen warte mal das ist ja schlicht testen gar nicht nicht testen ähm weil mir gerade auch wieder einfällt mein Schild hat doch auch irgendwie perfekt blockt irgendwas mit projektieren enhanced gedüls ja also wenn du projektive blockst hast du ne chance wie zu reflektieren ja ja genau aber achso das ist das besondere am Schild okay das ist mir auch wieder eingefallen wie es genau Magic attack per talent Alter was habe ich denn gerade alles getroppt bekommen jaja ja ich auch aber ich hab nichts gutes gekriegt Magic damage Crit Chance ja jetzt nur mein Crit Damage gehabt ist I guess ähm in ner Runden bitte ok naja warte ich bin ja noch hier das heißt ich nehme jetzt auch mal ein Casting mit Feuerball kann man machen hat den schon mal einer benutzt ja ok sorry ich bin halb ready oh wir hatten wieder ein Lecker ja ja ey ich weiß auch nicht das geht jetzt Schlag auf Schlag ne hier hatte ich plötzlich ein Speer noch Winter Spite ne brauche ich nicht ja irgendwie mehrere Hüte sorry ah das 1H und 2H das steht für einhändig oder zweihändig genau 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 das hatte ich auch schon gesehen ne aber äh Winter Helm mit Autumn Helm äh ne Crit ich mach jetzt Crit ich geh schon mal auf Crit Summoner mit Crit I guess äh oh Magic Attack noch plus 15 ah der will wieder Leben haben der Sack der will wieder Leben haben der Sack nein danke nein danke Powerful Artifact indeed nein nicht 5 nein einfach einfach nein dieses Time Juwel ja aber ansonsten ja jetzt das hat uns echt den Arsch gerettet ey ja der der Run wär vorbei gewesen hmmmm bye was hat der da Banana Hat nice Max HP EP Regeneration das andere gibt mir Crit Magic Attack das gibt mir alles jetzt alter nein 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 Purple Kimono äh weniger Defense mehr Magic Attack ne Magic Battery Attacke warte kann ich dasselbe Atem zweimal equipped haben? ja ich hab zwei Batterien gekauft ah wobei das eine ist Crit Damage ja gut okay ne aber das ist glaube ich geiler das ist glaube ich geiler ja lass ich erstmal den Tag ich bin jetzt Holzfäller irgendwie mehr Crit mehr Effekt mehr was noch meine Crit Strikes Landing Cricket Strikes improves the effect that keeps your Buzz up Max EP ja EP und Regeneration auch noch das heißt ich kann jetzt auch Feuerball Air Spam dann warte mal ich bin jetzt Holzfäller du bist Holzfäller? geil dann Abfahrt der IP-Rig ist gut der Feuerball okay wir hoffen mal dass wir den Boss schaffen oh Gott ist ja nicht so gut okay wir müssen wir müssen drauf achten Mechanics versuchen hier jetzt sofort rauszufinden was Phase ist ja nicht inten nicht inten denkt dran wir können blocken wir können shit blocken wir haben Bubble Shields ich wünschte es wird noch so ne Leech Fähigkeit oder so geben ja wahrscheinlich wärs zu broken wenn du so grob vielleicht so ein Prozent oder so dann dann max HP regenerierst ja aber es ist wahrscheinlich zu broken mit all diesen Doppel-Hit-Effekten und so die man haben kann ja trotzdem deswegen ja so wenig nicht so viel naja wenn du jetzt vielleicht nur 1 HP auch nicht oder so dann nochmal voll kaufen wahrscheinlich gut oder? ja wir haben ja Geld wir haben ja die Kohle und wir können uns nicht wiederbeleben also ja 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 true 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 warte mal ich wollte ich kürze auf Grandia mal eben 440 HP Rainer kannst du kauf dir ich kann maximal 387 haben na ne soll ich nicht alle ready? 380 ich bin bei 302 Rainer ist noch nicht ganz drin ja die Blonde es stand bei mir 4 von 4 oh warte ähm Bubble Shield was ist unser Gegner? ach die Fee Elder Pace ok what the fuck so small oh god das ist nicht nur eine Fee das ist nicht nur eine Fee das Problem ist ich habe auch eine deswegen wollen wir mal gucken das sind 4 Feen das sind 4 Feen das sind 4 Feen dass du für die 4 Jahreszeiten natürlich Wind Wind aber wir kloppen da übelst drauf Warte, wo bin ich? Ah, ich bin entangelt! Bubble shield! Bubble shield! Oh, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir! Dein Schilder wird viel schneller Ist schon süß, wa? Waren die beiden, Alter Hab ich mal Items bekommen? Ich hab da nicht drauf geachtet Es war so viel Ich hab da gar kein Face Gear Alter Schwede, ne? Also dafür, dass wir nur noch eine Runde spielen wollten Und dort insgesamt nur eine Stunde gehen wollten Und dann sind wir schon zwei Stunden dabei Zwei Stunden schon? Einer ist noch nicht richtig in der Tür Oh mein Gott Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Das war's!